Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part unseres Let's Plays Feuerwehr Simulator 2010. So, jetzt machen wir die erste richtige Mission und zwar Wohngebiet. Es geht auch direkt los, weil es, wie gesagt, das Ganze auf Zeit geht. Und dies ist relativ leicht im Vergleich zu den anderen, die noch kommen werden. Deswegen können wir jetzt hier auch eigentlich langsam angehen. So, jetzt müssen wir wieder zur Umgangsstelle fahren. Okay. Okay. We have to have a panel. Ja, das ist eine Panne. Ja, wir hängen jetzt hier irgendwie fest. Ja. Und das sind wir auch schon wieder. Und los geht's. W Россi. Wie soll ich jetzt mal mehr geben? W configuriert joystick. W zit... Wwww. Jetzt sichere mir mal kurz die Unglücksstelle ab, die ist ein bisschen im Weg, aber das macht nichts. So, jetzt lassen wir die Person evakuieren das Haus. Unter PA gehen wir jetzt hier mal rein. So, jetzt holen wir mal ein Ass. So, jetzt müssen wir auf den Krasen warten, jetzt müssen wir hier aufschauen. Ach, da hinten ist er, da hab ich falsch geguckt, sonst kann man mal von Arthur sein. Egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt das Feuer löschen. So. Nehmen wir mal den hier, der ist schon fertig ausgerüstet. Hier reicht normales Wasser. Weil das ja ein normaler Brand ist. Ähm. So. 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 So, diese Mission hätten wir auch geschafft. In der nächsten Folge geht's ab zur Autobahn. Ich wünsche euch jetzt noch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss!